Er hat viel Freude daran und unterhalten zu menge Frau und Mann. Im Dorf ist der Schnogu schon lange bekannt. Man erkennt ihn gut, egal, ich wähle ihn gar nicht. Die Fasnacht hat auch er mitgeprägt, aber über Tanzfläche hat er nicht so gefegt. Dafür ist er in der Verein immer viel am Schaffen, ja, auch da muss Armerlöper machen. Der Schnogu muss bei seinem Hobby immer gut aufpassen, sonst kommen sie dann in Masse. Aber der weiss bestimmt, was er tut. Ein bisschen dazu gehört auch der Mut. Ja, seht doch endlich, wer ist denn jetzt der tolle Macher? In der Ahnentafel von der Schnogu klicken, kommt sie zu einem richtigen Kracher. Sorgt hat er oder sie für jemanden Lacher. Am neuen Schnogu geht Schnogu Leben nicht einfach nur so am Arsch vorbei. Der neue Schnogu soll der Kreuzirch Jörg Fischbacher sein. Ja, das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.